Thema dieses Films ist der Vergleich von Angeboten im Internet. Wer im Internet einkaufen möchte, sieht sich einer Vielzahl von Angeboten gegenüber. Ob in den Shops einzelner Händler, auf Preisvergleichsseiten oder bei den großen Internetportalen, oft finden sich zahlreiche Anbieter, die ähnliche oder gleiche Produkte offerieren. Und damit beginnt die Qual der Wahl. Denn man möchte ja nicht nur das passende Produkt finden, sondern möglichst auch einen seriösen Händler, bei dem es keine bösen Überraschungen gibt. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Die Inhalte entsprechen den Film in der Schweiz vor, bis zum nächsten Mal. Die Inhalte entsprechen den Film im Internet und der Film im Moment. Die Inhalte entsprechen den Film im Internet.